Also, ich glaube, ich muss dir da mal was über die Männerwelt erklären. Es gibt drei Sorten von Männern. Die, die es dir gar nicht machen, die Wühler und die Pieker. Die es dir gar nicht machen, erwarten von dir, dass du frisch rasiert ankommst und haben selbst voll den Busch am Sack. Das sind auch genau diejenigen, die jeden Abend einen geblasen kriegen wollen, damit sie friedlich einschlafen können. Gut, einen Vorteil hat's ja. Sind relativ ungefährlich für die Frauenwelt. Dann gibt's den Wühler. Der Wühler benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschutzverkauf auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Der beobachtet dich die ganze Zeit. Entschuldigung, der Platz ist besetzt. Kann sein. Können auch sein, dass wir uns kennen, oder? Woher? Ach, jetzt bin ich enttäuscht. Sind Sie bitte so freundlich und sagen mir, was Sie wollen? Max Jascheck. Frankfurt 99? Juli 99. Danke. Danke. . Also, geh mal. Vielen Dank.